Hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge hier unter Mara, schon dabei, was ist denn da her? Ja, die Meistern da läuft. Der Verdichter ist auch da. Und ich fahre mal halt wieder so ein Feldrand, ne? Rücken durch den Wald. Ist ja schön, durch diese hohle Gasse musst du fahren. Gut, dass der Förster hier so großzügig war mit dem Abstand der Bäume. Kommt mal gut durch. Ah, da ist die Straße, da kann man nicht mehr geben. Ist immer noch heiß draußen. 30 Grad. Normalerweise mache ich Tür auf zum Kühlen, aber da ist drin, ist kühler wie draußen. Oder vertausche ich gerade, ich glaube, vertausche ich gerade. Drinnen sind 30, draußen sind 28. Ich muss zur Straße. Da ist die Straße. So. Das ist ein Fahrzeug, ne? Hey, schiebe, schiebe, schiebe Schilbe. Dann brauchst du in die Schiene oder irgendwann brauchst du nicht her. Ja, dann tue ich mir nach. Ach, wo ist die Anriss? Ja, weil diese roten Dinger sind ja so abstemmt. Finde ich. Ja. Muss man dann auch kaufen, ne? Teuer sind die ja nicht. Verkauter sinken ja gleich, wenn man das nicht braucht. Steht das nur rum. So. Ich übernehme. Ja. Ja, bei der erste Reihe, erste, bei der erste Vorgebände ist besser man fit als selber. Aufgrund von Gräben und Bäumen. Wiese Vorgebände möchtest du heute noch machen? Ich dachte, das ist jetzt die letzte Vorgebände. Warum frage ich ja jetzt gerade? Jetzt sind sieben fertig. Dann musst du nur noch sagen, wann du die nächsten sieben machen möchtest. Weiß den Termin auch nicht. Ich weiß nur, dass ich im Montag einkaufen will. Da muss ich auch noch ein paar Arbeiten. Icarus muss ich ein bisschen spielen. Was ich muss, will. Sammendienstag. Dann schicke ich dir eine Nachricht zu, wann ich dann bereit bin. Dienstag. Dann mach ich dir noch Ellengrad-Aufnahmen fertig. Ich hab mir auch noch vier aufzunehmen. Plus, plus genau das gleiche, wie jetzt hier die Marsch. Damit die Folgen auch im Urlaub laufen können. Das ist nämlich so, wenn du bei YouTube mal eine Woche nichts bringst, dann bist du sofort irgendwie raus aus den ganzen Vortrag. Das wäre dann ungünstig. Für mich jedenfalls. Das andere kann ich noch nicht machen, dass das Komiteebeiträge, also ankündigen und so, kann ich noch nicht machen. Ich glaube, es geht erst ab 500 Abonnenten, glaube ich. Sonst könnte man sowas ankündigen, dann wüssten sie alle Bescheid. Ich glaube, es geht jetzt nicht. Theoretisch. Ja. Hast du ein neues Schild gekauft? Ja. Wir wollen den anschauen her. Ob das so besser ist. Ist das breiter oder schmaler? Ja. Meine Arbeitsbreche bleibt. Alles geht besser. Aber es ist angegeben, die wir zu steuern. Achso. Ich weiss, das andere kannst du abklicken und wieder anklicken, damit er unten anfängt. Sonst schiebt er ja nicht. Nicht gut. Was an sich blöd ist, normalerweise wäre er ganz gut mit dem Joystick. Hoch, runter wie bei einem Radlader. Ja. Dann wäre es gut. Dann wäre es gut. Dann wäre es gut. Hier sind Bäume. Alleine haben alle Türen auf und alle Fenster, soweit wie es geht, Luft reinlassen hier. Ein Glück, dass ich nicht arbeiten muss nächste Woche, wenn es so heiß ist. Jetzt macht er einfach die Tür zu. Nicht aussteigen. Die zwei streiten. Ne. 20. Gut, checken wir los. Der Ex der Karte will nicht entscheiden. So. So. Der Ex der will gebeten werden. Oops. Oops. So. 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 Fast die erste Runde geschafft hier. Für der Quer ist Arne Fell. Gut, fertig und auf geht's. Hast du mal 13 Missionen gemacht? Verblickt was. Bist nie ausgelastet? Ja, das Ziel ist ganz schön groß ne? Gib mal rein du. Schon 720.000. Der Baum hat eine größere Schaufel, einen Radlader. Der Baum hat eine größere Schaufel. Der Baum hat eine größere Schaufel, eine größere Schaufel, eine größere Schaufel. Dann läuft er. Durch die breiten Reifen, das ist schon ganz gut. Willst du auch mal fahren? Faktor fahren. Wieso wäre es jetzt? Bauer hätte es schön Ernte machen können. Es gibt doch schon gute Bauern. Auf geht's. Und hier sieht doch aus. Die Karate Okolai ist gerade. Der Baum hat sich gerade auf der BERN. Der Baum hat erneut. Ich stelle in die Tür auf den Berg. Die Karate Okolai ist gut. Du auch recht weit weg. Bis zum nächsten Mal. Du bist genau. Und du bist genau fertig. Uheeblech. Du bist genau bloß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber hast du gut eingefahren in den Kurs hier? Alles typisch, privat, automatisch. Alles typisch, alles typisch, alles typisch. So, das soll es auch schon vorher gewesen sein, wir machen morgen weiter, hier auf dem Marsch, wir sagen mal Tschüss und Tschau, ja, morgen geht es weiter, hier auf dem Marsch, genau, Tschüss!